So, ja, herzlich willkommen bei Jacky.exe und GamerCrewTV. Ja, wir spielen heute Bioshock Infinity. Ja, welche Schwierigkeitsgrade wollen wir denn spielen? Also, ich würde sagen, wir hauen hier mal schwer rein, dass wir ein bisschen Spaß haben, ein bisschen kniffeln müssen und zusammen wohl ein bisschen länger rocken müssen, ne? So, ja, dann gucken wir uns mal kurz das Intro an. Und, ja, dann würde ich sagen, legen wir gleich richtig, richtig los. Bukka, hast du Angst vor Gott? Nein, aber vor dir. Willst du einfach bloß rumsitzen? Was soll ich sonst tun? Rumstehen? Nicht rumstehen, rudern! Rudern? Hatte ich eigentlich nicht vor. Dann erwartest du also, dass ich alles alleine mache. Nein, aber ich erwarte, dass du alleine ruderst. Und warum bitte? Es war doch deine Idee. Meine Idee? Ich habe klar gesagt, dass ich von dieser Übung nichts halte. Vom Rudern? Nein, das halte ich für eine hervorragende Übung. Was dann? Das gesamte Gedankenexperiment. Entschuldigung, wie lange noch? Wer ein Experiment startet, weiß, dass es scheitern kann. Aber man startet kein Experiment, wenn man schon weiß, dass man gescheitert ist. Noch mal zum Thema Rudern. Tu es doch einfach, sonst kommen wir nie an. Nein, ich meine, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Frag doch mal ihn. Er hat vermutlich ein stärkeres Interesse, dorthin zu kommen als ich. Das kann schon sein. Hat aber keinen Sinn, ihn zu fragen. Wieso? Weil er nicht rudern wird. Er wird nicht rudern? Nein, er wird nicht rudern. Ah, ich verstehe, was du meinst. Tja, also ich glaube, ich würde schon rudern, so ein kleines Stück, ne? Super, ja, Grafik sieht ja schon mal ziemlich cool aus. Gehen wir mal hier hoch. Ein paar Lichtdefekte wegen... ...geiler Leuchtturm. Bisschen Gruselstimmung. Was? Wir gehen weg. Hey, wartet hier jemand auf mich? Das hoffe ich doch sehr. Ein ziemlich schrecklicher Ort, um zu befreien. Leuchtturm. Vielleicht ist hier drin jemand. Ah, Geld. Wir haben schon mal einen geheimen Ort gefunden hier. Schnell rennen kann man auch. Gibt es hier irgendwas Schönes? Ja. Mal hier hochklettern. Auch nicht. Yeah. Und noch mehr Geld. Äh, Entschuldigung. Ich bin Boker de Wit. Bring us a girl. Ich glaube, sie erwarten mich. Oh, gleich mal Eieränder waschen, würde ich mal sagen, ne? Mein Gott, sehen wir scheiße aus. Viel Glück damit, Kumpel. Hier blitzt doch irgendwas. Nichts. Ah, hier aber. Alkohol. Geld. Ja, wie bei allen Teilen bisher. Am Anfang immer so ein bisschen düster. Man weiß nicht genau, was man machen soll. Hallo? Hier ist ein Notruf. Geht keiner ran. Naja. Was gibt's hier? Ah, Geld. Geht keiner ran. Es ist gut, wenn ich am dein. Es ist gut, wenn ich am dein. Es ist gut, wenn ich am dein. So. Ja, weiter. Blutige Hände an der Wand. Während dich niederreißen. Scheiße. Tja, Headshot, würde ich mal sagen. Naja. Solange uns das nicht hier passiert, ne? Ah, eine Birne gefunden. Komisches Haus. Naja. Gehen wir mal hoch. Hier gibt's Ding Dong Klingeln. Noch irgendwas anderes hier. Ah, noch ein Fass und Geld. Weiß ja nie, wofür wir nachher das Geld brauchen können, ne? Und da hat sich das aufgegangen. Ja. Das ist ein kleines Problem. Scheinbar von dem neuen Geforce Treiber. Ähm. Ich werde das versuchen mal zu fixen, dass wir dann einfach gleich im nächsten Teil dann weitermachen. Tut mir leid, dass ich es dann erstmal hier unterbreche. Aber, äh, das kriegen wir schon gebacken, ne? Also, dann bis später, wenn ich dann den zweiten Teil hochlade. Tschaui.